Hallöchen liebe Freunde und willkommen beim Digitalfuchs. Ich habe mir eine kleine Überraschung für euch ausgedacht, die werde ich euch noch im Video zeigen. Und ja, wir fangen einfach mal an mit der Pimp My Ride Folge und ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Und zwar habe ich hier einmal, das ist noch nicht die Überraschung, wir kommen noch dazu versprochen, die Karosserie für euch vorbereitet und da haben wir diesmal den Jäger in Titanweiß gepaintet. Ihr seht, alles was so weiß hervorschimmert quasi, also an den Dachfenster hinten quasi, also an der Heckscheibe und vorne an der Frontscheibe und an den Seiten und sogar die Unterseite, die ist komplett gepaintet, wenn ihr eine gepaintete Variante vom Octane natürlich habt, ist das nicht von unten, sondern nur von der Seite. In dem Fall hier beim Jäger ist auch die komplette Unterseite gepaintet. So, als Aufkleber habe ich mich diesmal entschieden für Slipstream. Ich persönlich habe Slipstream nicht so oft eigentlich drauf, aber finde es eigentlich ganz, ganz stylisch und für das, was wir heute vorhaben, wird das auf jeden Fall passen. So, und für die Lackierung habe ich mich entschieden, in Zeile und Spalte hier das hellste Blau quasi, was ihr sehen könnt und eins runter. Bei Sekundär habe ich mich eins runter quasi für das leicht gräuliche hier entschieden. Und hier das gleiche nochmal, das hellste Gelb, was ihr quasi finden könnt. Und auch wieder eins runter, dass man so ein bisschen die Streifen quasi abgesetzt bekommt. Man könnte es natürlich auch so lassen, aber für das, was wir gleich vorhaben, ist es einfach am passendsten. So, und dann gehen wir aber zu den Rädern. Und da habe ich mich diesmal für euch entschieden für die Titanweißen Pfefferminzräder. Die gefallen mir eigentlich sehr, sehr gut. Waren jetzt in der Weihnachtskiste drin, in der Kiste Wichtelfreude, also in der Secret Santa Crate, wie sie auf Englisch heißt. Und ja, sind eigentlich immer noch ziemlich begehrt, würde ich mal sagen. Und Titanweiß sind sie natürlich immer ein Dauerrenner, würde ich mal einfach behaupten. Und passen hier einfach sehr, sehr cool dazu. Jetzt komme ich zu der angekündigten Überraschung, Leute. Und das ist der Dachaufsatz. Normalerweise machen wir hier nicht so oft Dachaufsätze drauf. Aber mir ist heute dabei was aufgefallen, als ich versucht habe, hier was drauf zu knallen auf das Auto. Und ja, als Dachaufsatz habe ich gesehen, dass es einfach möglich ist, das Tuch von dem Black Market quasi, also die Vorschau von den Mystery Decals quasi zu nehmen. Das Ganze geht natürlich leider nur mit dem Octane, da der quasi hinten den Spoiler immer hat. Also es passt sich leider nicht immer diesem Auto an, was wir gerade genommen haben. Deswegen sehr schade, dass ich hier quasi ein anderes Auto drunter hauen musste. Auch die Felgen haben ein bisschen rausgestanden. Aber der Look ist so cool, dass ich ihn euch nicht vorenthalten würde. Aber kommen wir noch einmal zu unserem gepimpten Fahrzeug. Und da würde mich interessieren von euch, schreibt mir mal drunter, wie ihr das Fahrzeug findet. Und vor allem, wenn ihr Ideen habt, die mir mitteilen könntet, die ich für euch umsetzen kann. Wenn ich euer Traumauto zusammenbauen soll, dann schreibt mir natürlich das Ganze auch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, haut mir auf jeden Fall auf den Like-Button. Falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst natürlich auch noch gerne ein Abo da. Bis dahin, liebe Freunde, euer Digitalfolks.